Danke, dass Sie sich die Zeit nehmen und dieses Video ansehen. Ich kann mir schon vorstellen, was Sie jetzt denken, aber ich bin kein bezahlter Schauspieler und das hier ist auch kein besonders tolles Set. Aber ich möchte Ihnen eine Geschäftsidee vorstellen, an die ich glaube. Eine Geschäftsidee, die für Millionen auf der ganzen Welt funktioniert hat. Und um ehrlich zu sein, vielleicht ist sie ja nichts für Sie. Sie ist wirklich nichts für jedermann. Aber schenken Sie mir ein paar Minuten Ihrer Zeit und ich werde Ihnen erklären, warum ich so begeistert davon bin. Zuvor möchte ich Sie noch etwas fragen. Sind Sie eigentlich glücklich? Lächeln Sie so oft, wie Sie es eigentlich sollten? Und ich meine jetzt nicht, während Sie sich dieses Video ansehen. Ich meine, sind Sie mit Ihrem Leben wirklich restlos zufrieden? Es gibt da diesen Ausspruch, wenn es dich nicht zum Lächeln bringt, dann ändere es. Ich arbeite nun schon seit 20 Jahren in einer Firma, die Menschen zum Lächeln bringt. Und diese Firma heißt Forever Living Products. Es ist jetzt 38 Jahre her, dass der Unternehmer Rex Maughan Forever gegründet hat. Was ihn damals motivierte, überrascht Sie möglicherweise. Es war nicht das Geld. Tatsächlich hatte Rex bereits eine beachtliche Karriere im Immobiliensektor hinter sich, bevor er Forever gründete. Er erkannte, dass es an der Zeit war, sich zu verändern. Und er entschloss sich, etwas zu unternehmen. Und andere sollten es ihm gleich tun. Können Sie sich vorstellen, was es bedeutet, auf eine vielversprechende Karriere zu verzichten, zugunsten einer völlig neuartigen Idee? Wenn Sie keine Versagensängste hätten oder keine negativen Beurteilungen fürchten müssten, wie würden Sie dann Ihr Leben verändern? Zunächst einmal möchte ich Ihnen aber sagen, was Forever nicht ist. Forever ist kein Plan zum schnellen Geldverdienen. Und unsere Produkte versprechen auch nichts, das Sie nicht halten können. Was wir Ihnen viel mehr geben wollen, ist eine Chance, ganz egal aus welchem Umfeld Sie kommen, eine Chance auf ein besseres Leben und die Möglichkeit, ein eigenes Business aufzubauen. Es ist die Chance für Sie, eine wirklich wichtige Veränderung in Ihrem Leben herbeizuführen, ohne signifikantes Risiko. Denn das Beste ist, Sie selbst kontrollieren Ihren eigenen Erfolg. Sie bekommen genau das wieder heraus, was Sie hineinstecken. Sie bekommen endlich die Gelegenheit, der zu sein, der Sie schon immer sein wollten. Forever wurde 1978 mit dem einen Ziel gegründet, anderen zu helfen, besser auszusehen und sich besser zu fühlen. Wir machen das auf zweifache Art. Zunächst einmal vertreiben wir ein breites Spektrum an Gesundheits- und Beautyprodukten und zum anderen stellen wir Ihnen ein faires und großzügiges Geschäftsmodell zur Seite. Wir haben ein leidenschaftliches Verhältnis zu unseren Produkten und zu den Menschen, die diese Produkte lieben. Wir stehen für ein hohes Maß an Qualität, nicht weil es gerade cool oder trendy ist oder irgendjemand meint, wir müssten das tun, sondern weil wir daran glauben, dass es das Richtige ist. Und das ist kein leeres Geschwätz. Im Gegenteil, wir machen Nägel mit Köpfen. Wir besitzen das Land, auf dem die Aloe wächst. Die fantastischen Mitarbeiter, die die Aloe anpflanzen und ernten, sind alle Teil der Forever-Familie. Wir besitzen auch die Verarbeitungsbetriebe, die Forschungs- und Entwicklungsabteilungen, die Labors für die Qualitätskontrolle und sogar die Vertriebskanäle. Und damit nicht genug, denn wir investieren laufend in neue Technologien und modernes Equipment, um eines sicherzustellen, die höchste Qualität zum niedrigsten möglichen Preis. Von der Pflanze in die Fabrik zu Ihnen nach Hause. Die pure Aloe Vera ist das Herz unserer Produktlinie. Sie umfasst die Bereiche Gewichtskontrolle, Vitamine und Nahrungsergänzungsmittel, Hautpflege, Körperpflege, Kosmetik und ätherische Öle. Unsere Produkte helfen allen Menschen, auch den Menschen, die Sie kennen. Sie sind ja quasi umgeben von potenziellen Kunden. Sicherlich kennen auch Sie einige Leute, die besser aussehen und sich besser fühlen wollen. Forever-Unternehmer teilen ihr Wissen um unsere Produkte. Sie verdienen Geld und stehen auf eigenen Beinen, einfach indem sie anderen Menschen helfen, sich besser zu fühlen. Und so funktioniert es. Sie werden dafür belohnt, dass Sie Ihre Begeisterung mit anderen teilen. Die Begeisterung für Produkte, die Sie lieben. Ob Sie nun einen Rabatt auf ein bestimmtes Produkt möchten oder einfach nur ein bisschen mehr Geld zum Ausgeben, ob Sie ein neues Auto haben wollen oder sogar eine ganz neue Karriere aufbauen, Forever kann Ihnen dabei helfen. Das Vergütungsprinzip von Forever hat sich seit der Gründung der Firma nicht geändert. Manche behaupten, das wäre altmodisch. Wir aber sagen, Bewährtes soll man bewahren. Wir nennen dieses Prinzip den Vergütungsplan. Dieser Forever-Vergütungsplan beinhaltet einen detaillierten Fahrplan, damit Sie wirklich da ankommen, wo Sie hin möchten. Wir glauben, dass der Forever-Vergütungsplan der großzügigste überhaupt ist. Er ist voll von Prämien, Boni und Möglichkeiten. Sie erhalten so alle Werkzeuge, die Sie benötigen, um Ihr eigenes Geschäft ganz in Ihrem eigenen Tempo aufzubauen. Und wir belohnen Sie anschließend für Ihre harte Arbeit. Während Sie Ihr eigenes Geschäft mit Forever aufbauen, werden Sie langsam vertraut mit all diesen Prämien, wie zum Beispiel unserem Forever-to-Drive-Programm. Damit verdienen Sie Geld für ein nagelneues Auto. Oder Reisen um die Welt, unsere Tagung für Eagle Manager, sowie unsere regelmäßigen Global Rally-Zusammenkünfte in aller Welt. Auch haben wir ein sehr großzügiges Chairman's Bonus-Programm, das jedes Jahr viele Millionen Dollar an Boni an Sie ausschüttet. Jeder hat die gleichen Chancen überall, denn wir verkaufen unsere Produkte in über 155 Ländern. Ein weltumspannendes Geschäftsmodell, mit dem Sie Ihr persönliches Team aufbauen können, wo immer Sie sich befinden. Eine Chance so groß wie Ihre Träume und immer so profitabel wie Ihr Arbeitseinsatz. Wenn Sie bei Forever anfangen, dann arbeiten Sie für sich selbst. Aber Sie sind nicht auf sich allein gestellt. Unser Vorstand und die erfolgreichen Partner greifen Ihnen jederzeit durch Training und Unterstützung unter die Arme. Unsere Produkte sind die Marktführer. Und unsere Erfolgsstrategien haben sich bewährt. Auch im kommenden Jahr werden wieder Millionen an Boni an unsere Partner ausbezahlt. Was bleibt, ist die Frage, welcher Name wird unten auf dem Check stehen. Sie sehen, Forever bietet fantastische Erfolgschancen. Wir haben Millionen von Menschen auf der ganzen Welt geholfen, ihr Leben positiv zu verändern und vielleicht sogar wieder ein klein wenig mehr zu lächeln. Die Frage ist also nicht, funktioniert Forever, sondern vielmehr, wird Forever für Sie funktionieren? Ich glaube fest daran. Kommen Sie zu uns. Kommen Sie zu uns.